Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Gwit Autosports. Mein Name ist Klabur und... Wir sind in Dubai. Dubai, Dubai, Dubai. Ja, überspringen hier. ZZ. Ich will vorahnen hier. Immer dieses lange Gewahrte. Ja. Heißt, so fängt der Tag gut an, ja? Wenn ich gleich einer hier beim Namen nenne. Und wieder keine Quali. Auch, Mann, ich hasse das. Wir fahren ohne Quali. Ist ja schon, Mutti. Und... Du musst deinen Event-Rivalen schlagen, aber er wird es dir nicht leicht machen. Ja. Wenn die Karre mal beschleunigen würde, dann wäre das halb so schlimm. Uh. Direkt da, ja. Hier komm ich. Platz, Platz, Platz. Platz da. Ja, mach Platz, du. Ochse. Mal hier vordrängeln. Anders geht's ja hier gar nicht. Uh, ich sollte mal bremsen. Ich glaube, das letzte Rennen hatten wir... Alter, nicht in eine Bande drücken. Das ist unfair. Ai, 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 ai. Na, 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 na. Voll. Voll. Klappt, doch. Klappt, klappt, klappt. Na, das war scheiße. Alter, wie lange ist denn die Runde? Aber jetzt aber... Also unser anderer Mercedes ist erstmal hier übelst ausgestochen. Oh. Ja, ja, bleib geschmeidig, junger Mann. Hallo, lieber Audi. Hier komm ich. Oh, wir sollten uns den Teamkollegen mal andeuten, dass er mal Gas machen soll. Das kann doch nicht sein. Oh. Komm, beschleunige doch. Also bis dieses... Dieser riesen Koloss hier anfängt... ...zu beschleunigen, das ist ja fürchterlich. Die kommen nicht ran an den Audi, das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Nein, 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 nein. Ja, das muss ich zurückspulen. So ein Scheiß. Platz da. Darf ich jetzt fahren? Danke. Mein Teamkollege hat sich schon um einen Platz nach oben gearbeitet. Also man muss ja wirklich sagen, dass die Grid-Reihe ja immer eine... Man übelst lange, ja, spaß nicht, aber man bekommt viel, viel geboten in dem Sinne für sein Geld. So muss man das einfach sagen. Es ist zwar nicht das tollste Rennspiel, aber sie bieten einem halt sehr viele Rennen und sehr viele Sachen halt an. Das ist in diesem Rennen die schnellste Runde. Ja, sonst wäre ich ja nicht Erster. Nur gegen den Audi. Jetzt haben wir einen Mercedes hinter uns. Komm. Das sind Scheinwischer, außer es kostet Leistung. Nein, nein, komm. Ja, 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 beschleunige. Nicht in Drehzeitkeller. Zehnter ist er schon. Uh, unser Teamkollege macht Gas. Schön, 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 schön. Schön. So, jetzt hier voll beschleunigen, komm. Oh, das wird ein ganz enges Rennen. Jetzt müssen wir rollen lassen. Oh Mann, Gas. Hört auf, eure Hände daraus zu strecken, sonst fahre ich es euch ab. Zack, zack, zack. Und dann wären die Hände weg gewesen. Aha, zu spät gebremst. Komm. Ja, 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 ja. Klappt doch. So. Haben wir es doch locker nach Hause gefahren. Wenn Trivale ein Weilchen knabbern. Na ja, locker ist, äh, zweierlei, wenn ich ganz ehrlich bin. Moment stehen wir in dieser Meisterschaft auf Rang 3. Ja, wir kommen, ne? Nach vorne so langsam wieder. Ein Rennen habe ich ja letztes Mal verkackt, aber wir sind Platz 1 in der Fahrerwertung mit minus 4 Punkten. Und, äh, Teamwertung sind bei Dritter. Meine Leistung dementsprechend habe ich hier bracht. So, Rang 8 schon. Ich glaube, 9 müssen wir werden, ne? Um die nächste Grid-Meisterschaft zu starten. Und dann wären wir eigentlich auch fast durch, kann man sagen, mit dem Spiel. Äh, Chicago. Sind wir. Ja, komm, hier, überspringen. Gas, gas, ich will fahren. Ja, Rennen. Neng, 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 drei Runden. Neng, 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 neng. Komm, zet, zet. Morgen wieder vom Letzten, ey. Warum hat der sich denn gerade so komisch angehört? Oh, da habe ich es aber mal gleich richtig verschissen. Oh, Mann. Mein Fehler. Eindeutig mein Fehler. Wir bremsen jetzt mal ein bisschen früher. Jetzt muss ich mir aber erstmal hier irgendwie eine Spur suchen. Hier ist es ja verdammt eng auf der Strecke. Hier geht es zum Beispiel, aber... Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das auch so erfindet, wo wir mit den anderen Autos gefahren sind, die ja angeblich langsamer sind, ist man hier viel schneller geknallt. Kommt mir zumindest so vor. Ja, wo man doch so mit dem Ford und mit dem Golf gefahren ist. Vielleicht waren die nicht so schnell auf ein Geraden. Aber durch die Kurven und so sind wir viel schneller gefahren. Innen reingestochen, klar, längerer Weg, aber ich glaube, wir haben einen Platz gut gemacht. Jaja. Ich gebe alles. Und wieder Audi vorne. Diese scheiß Allrad angetriebenen Fahrzeuge. Der war die ganze Zeit Zweiter, aber ist egal. So, wir sind schon Vierter. Hallo. Ich bin da. Mach mal Platz hier. Dankeschön. Boah, komm. Also ich muss immer noch sagen, dass mir... Ich glaube, das habe ich schon so oft gesagt, dabei dieses Ferrari-Spiel, was ich gespielt habe. Habe ich auch Let's Played, wer das nicht kennt. Ist eins der Rennenspiele, die mir nie aus dem Kopf gehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin immer noch nebenbei, zwischen den Beispielen. Keine Ahnung, warum. So toll war dieses Spiel jetzt auch nicht. Aber es ist wirklich ein Rennenspiel, was immer wieder richtig Laune macht. Gerade, weil du so mit so alten Autos da fährst, was richtig schwer war. Und es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Das muss man einfach sagen. Wenn manchmal zur Zeit der Ton nicht richtig ist, ich, äh, spiele zur Zeit etwas mit dem Ton rum. Ich glaube nämlich, dass zur Zeit die Spiele zu viel Bässe bekommen von mir. Also im übertragenen Sinne zu viel Bass übertragen wird in die Videos. Und da muss ich noch ein bisschen rumspielen zur Zeit. Ich finde die optimale Einstellung zur Zeit nicht so ganz. Aber ich kriege das wieder hin. Jawoll, zwei Rennen hintereinander in den ersten. Tja, da haben wir ihn wohl mal so richtig in den Arsch getreten, würde ich wohl mal sagen. Irgendwie ist der Ton von dem Typen gerade komisch. Ja, wir sind wieder Platz 1 mit 1, 16, 5, 3, 1. Beste Runde. Wir haben auch eine ganze Ecke schneller gefahren wie die anderen. Und in der Fahrerwertung sind wir Platz 1 weiterhin. Und in der Teamwertung sind wir jetzt auch Platz 1. So sollte es doch sein. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Good Autosports. Wir hören uns morgen wieder zur selben Stelle. Bis dennne. Ciao, weloi. Ciao, weloi. Also, das sind Haute-Schi. Und dann wird das, was wir sind.